Hallo, herzlich willkommen zurück zu Counter-Strike Global FanWolf Eigentlich nehme ich erst immer auf ein Bormer, aber das ist ja nicht meine Aufnahme Ich darf begrüßen den Flo, den Flo, den Kevin und den Glamboldt, hallo Hallo Ja, heute aus Glamboldts Sicht Ja, weil du den Lappenbesten als Verhauen hast Ich werde, ich habe momentan ein Problem mit aufnehmen und ich hoffe, dass ich das bald lösen kann Ansonsten brauchen wir noch eine Lösung dafür Ach, man kann die Blumentöpfe nicht mehr kaputt machen Wann doch So, ich würde sagen, wir machen ein schnelles B, oder? Kevin, es fängt an Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich bin ein Lappen und ich habe keine Ahnung, was hier was ist Das ist gut Ich bin, das mit dem Lappen da, das bin ich auch Ich bin auch ein Lappen Ne, ist doch richtig Lass man, lass man dann auf B pushen So, Entschuldigung Was zu trinken geholt Der steht keine Einer steht closed dropper Level chicken house stehen Einer ist voll dropper Einer, oh Ja, einer chicken Einer chicken Ja, voll chicken Einer ist noch um den Grund Ja, ich habe nur noch ein HP Richtig, ich habe nur noch ein HP Schade, schade 6 HP kann ich da nicht viel anfangen Ja, das ist richtig Na, das war doch B Gute alten Russen-Taktik Rast spät Aber jetzt können wir einen Fast Rush machen, nicht so wie gerade Danke Das ist so dämlich, ich bin auf meinen Rechten Das ist ein Rücken-Petisch Oh, ich bin tot Ja, bist du Nichts oder nicht Einer da Oh, ich habe Bombe Dafür habe ich auch einen getötet Dafür habe ich ihn getötet Ja, ich komme Bombe liegt Hinter uns Hinter uns Na, B lang Zwei Leute, einer dropper drunten, zwei ein dropper jetzt Bombe spiel ich war, ich bin da raus Die Waffe braucht viel zu lange zum Nachladen Da hat er eine Runde anziehen Ah, er hat mir ins Gesicht gesprungen Ich habe dafür einen getötet, Flo Ja, und mich fest Ach, Mann, er hat einen schönen Abschluss Oh, eine Mist, ich habe eine 28 AP Ja, es tut mir leid, wie gesagt Jetzt kaufen wir das nächste Runde Ne, er kommt Buchen wir das noch, ne, komm mal Ja, machen wir Lass uns mal abendschreien, oder? Ja, probier mal Wir haben eine Smoke Vermitteln Aber wird drüber stehen, denk dich Weil die sind so gut gekauft, eine Aber Ich bin kurz verhindert, mein Maus steckt irgendwo fest Outside steht Ah, es sind zwei hier dort Ich muss weg Outside Flash Das war's, ich bin down Hilfe, nein Ah, da pusht der vor Das kommt gerade einer von hinten Jetzt hat er mich pulverisiert Und ich direkt mit Also vor eurer Information, wir haben versucht 16-0 zu schaffen Wir sind noch hart dabei 16-0 für die Gegner Ja Wie rum hat keiner gesagt Ist ja egal, weil ich bin echt 16-0 Ich hasse Kabe, Kabe ist wirklich so eine schreckliche Warum machst du mal? Ja, hätte man bloß auf Italic spielen Ich habe die Login nicht aufgemacht, mein lieber Kabe Ja, 0,7 ist Italic Wie lange ist die Smoked? Ich habe Mitte Mitte einer, Mitte einer Äh, äh, Switch Ist ein Scout, könnt ihr langkommen Ah, da hab ich smoked lang Geflagged Bist du auf das Obenkennel Hat mich Immer noch Mitte, die Scout Hüft Sie hüftet hin und her und hittet dich Äh, Lidl, hast du irgendwas gesehen? Nein, Lidl Ah, zwei, Wasser Ne, er fails noch nicht Wollen wir mal versuchen, auf Licht A zu spazieren wenn uns den möchtest alle sterben warte mal kurz 40 sekunden B scheint frei zu sein, oder? ja muss nicht, da hinten eine Treppe ach man ja komm B, komm B, komm B, schnell einen hab ich ok schnell, eine ist Titanic Titanic, eine Titanic nein ja dann kommst du nicht weg ja da ist auch noch einer du musst es langsam planten wo ist der eine mal lang da ist er oh, das ist way down schön jawohl, kein 16-0, das Spiel schade, liebe Zuschauer wir haben alles getan wir haben alles getan für 16-0, das sollte doch nicht sein ja, wir machen was du haben wieder, oder? ja, ja kannst du mir den AK legen? ja, ich leg dir wenn du grün bist ja, der Schnaufer halt die Fresse kauf dir auch mal ne Waffe ja toll, blaues Lavinat, wollte ich nimmer ner ja, natten Nerf nerf dropper mit meiner chicken bitte einer ist door immer noch door hat 50 hp hinterm stein door 50 hp rechts genau der hat gescouped der hat ne habe genommen oder so 50 hp deine überraschung easy 4k was ist mit dir los so kenn ich dich ja gar nicht ich spiel zurzeit viel phase und viel name maps sobald es auf ne aufnahme geht dann leg mal hier komm jetzt schnau ich mal hier du hast sie noch das hältst nicht mehr von dem hat sie noch 4400 oder was wird ralf heute noch einen kill machen switch wasser einer aber ey 007 wird nix mehr ey du enttäuscht danke danke habe ich mein moin tutorial pass auf rechts dropper also vor diesem motor steht meistens einer sehe keinen schnau werfen wir die baum ich hier aus holz drauf diese barrels hier mal zu kudeln hinter dir ist einer runter gedroppt hab ihn danke ecke bitte noch einer wasser rechts oder links hier ist nichts drin switch können noch stehen ja komm mal wenn du hoch gehst nach links rechts hier ist frei ich bin dropper ja warte dann geh ich mal so ja rechts und links in der ecke geht äh links roll kevin 2 roll ah lol ich hab ihn zugegangen down da ist noch einer in der ecke ich war drauf wollt ihr mich verarschen also ich war drauf bei mir aber wir haben die wunderbaren 64 tick wo war der er war vor connect 20 sekunden oh jetzt haben wir push hinter dir auf geht wieder so eine für sie nicht gewesen wirst du mal wirst du mal ok verkauft naja und immer kämpfer und helm nicht vergessen reichen ja ist ja gut brauchst nicht auf mich rum kämpfer und helm immer zuerst kaufen bevor es nicht mehr raus geht Ich weiß wohl, ey. Das ist dein wieviel los, ey. Das ist dein wieviel los, ey. Das schaffe ich auch. Du brauchst mir keinen Tiss geben. Du brauchst mir keinen Tiss geben. Vor-Dropo und dir haben abgesmockt. Weil die feige sind. Aber es ist nicht so gut. Ich brauche nicht zu sein. Ich kann dieses Spiel. Connector hat ausgesetzt. Das ist auch der Zwischzeit. zwischendurch zu bichern ich die bombe die wurde ach jetzt kommt links aber ich dachte du gibst mir von oben back up mit dem mann ich weiß nicht ob man die map hier lang geht spätig zum ersten mal titanik hinten steht ein scout hat ein paar k-heads hinter den kisten darf ich da mal kurz vorbei hinter uns kann pushen titanik wird gleich gepusht da ralf ralf auf den kill der cheatet hinten titanik ralf auf den titanik wirf mal die bombe hinter ich bin geflasht ja dann lass schnell machen 20 sekunden der ist drauf drauf dann ralf rechts und türen mal ab rechts die Tür Tür auf ralf 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 r links r r r r r das läuft in der wir haben schnürchen naja ich bin anscheinend so unterschiedliche spiele rief 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 ihr rauf zeichnen auf rief 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 magst du mich mal boosten? ohne Spaß, dann kann ich da drüber schauen ist wieder ein Elo Elo Boost steht halt nicht mal in der Clubs aber steht ja mal in der Connector drin, das muss man beachten bin Dropper wie kann das sein, wie? boah, man der soll mich nicht so erschrecken down einer kommt Connector 95 in 3 rein vor die Bombe ja ich habe die Bombe hinten B lange gelegt ja ich komme, ich komme bin schon unterwegs bitte jump dropper, Ronald sei dumm einer ist auf jeden Fall Doors bei Doors auf jeden Fall ja ich habe Dropper noch noch noch, beide Dropper drin einer down weiter down wir haben Schnürchen ah schon zwei Kills junger Bestplayer EU schon zwölf Kills ja vier bis sieben drei weil ich die alten Möv besser fand als die hier ja, Zoo und so war ich geil oder Season weil ich gebe mir nicht die Bombe, nein doch echt nicht? die hinterher steht im Dropper Ohhhhhhhhhh DIGGA das ist echt nicht mein Day aber dann ist Spaß du das kann man üben ich kann das normalerweise ich habe die ich habe die sowas damals beigebracht ich habe die sowas damals beigebracht immer einer hinlegt weil ich habe dieser safe habe erinnert falls du dich daran erinnert hast früher als ich dir das damals beigebracht habe ich mich jetzt hier im warte ich habe nichts besseres zu tun war first push deswegen ja die scopemäle wollte ich flasch raus oder ist da noch einer der kann der scopemitte ich glaube das heft ja aber ich habe Angst die Bombe allein zu lassen muss ich zu gehen wie schaut es bei den Touretten aus? ja du musst nächst du mal links gleich los frei ich war es aber ich schieße trotzdem gerne rein war es dabei ja ja ich bin unter dem WC das Tor auch ja so kennt man mich auch zuhause auch zuhause Teil so pass auf jetzt kriege ich die Molly hin ok warte ich lass dir den Voller 3 2 1 dafür die Granate aber nicht du bist doch so ein da ist ja einer Flashbang Alamea ist einer ne Aabe oh ne Aabe lange ja Titanic die Pose ist jetzt ungünstig in das MOC ähm könnte dir eventuell mal die Titanic weg holen und so der von euch hat ne Aabe hinter uns bleibt warum kann da einer rein bitte oh Gott war das schlecht man Stein kommt äh Nico Hilfe einfach so boosted wir sind hier überall in der Sackgasse erstmal ganz ehrlich ähm lecker ähm ja Mann Alter ja das war übel wir waren übel in der Sackgasse ja oh da dreht sich einfach um ähm also möchtest du ähm 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 so jetzt hast du dir das Ding so lange angeschaut? Meinst du das die Opti? ich guck Kevin so lange ein vielleicht trott Kevin auch noch ähm ähm ja warum soll ich nicht da noch mit rein rein wenn ihr alle gestorben seid? ja wir waren übel in der Sackgasse kann ich ja nix mehr ja weil wir zu langsam hier steht hm lass mal B bloß anpacken lass dich runter sliden du musst nicht immer die Treppen gehen du kannst dich hier einfach runter sliden dann kriegst du auch keinen Schaden ja hast du den outside Kevin? ja rup mal bomb rup mal bomb rup mal bomb kurz äh vor outside vor outside nice oh ok nice ja check mal noch van ab ja da ist nicht clear ich hab da gesmoked ich hab da gesmoked wenn 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 oh zu spät komm der Klo der kommt von outside oder Mitte unten der steppmitte rum der kann auf jeden Fall outside gehen steppmitte? ja ja der ist Richtung outside, Richtung Treppengang da gegangen alter wird nicht mehr kommen alter alter hast du gerade auf mich geschossen? nein nein der geht's helfen der helft was auch immer er hat wahrscheinlich ist das die A war ja ich hab ne Ahnung ja er ist da oben im Rapunzel wirklich? ja hätte ich nie gedacht dass er das helfen geht ist eigentlich ein übelst unwahrscheinlicher Ort dass er das helft ey ist na ganz ruhig am Boden liegt ne Deagle ich hab ich verkauft am Ende haben wir die Runde bekommen fertig ja kriegst du outside smoke du mal weg rein ruhig Nico falls einer kommt ruhig ich schau mal alleine was auf Fläse abgeht er ist gesmoked aber wann kommt die smoke rechts oben einer ist auf jeden Fall B Dropper schön schön einer B down Mitte unten einer auf jeden Fall noch auf B er ist auf A hochgelaufen der Mitte unten hab ich gehört noch einer down geht Richtung B geht Richtung B einer kann Dropper stehen und blasen dass einfach alle gemeinsam schnell fahren wer ist raus Achtung ähm Dropper oder Stein kann stehen ich check mein Chicken ab ja mach mal check Dropper ist der eine ich hab door oh am Stein schon draußen oder was letzter müsste Dropper dran stehen kann aber auch über da unten ja Dropper hab ich was ich wollt Kevin jetzt nicht weg naja mähen hm high five jetzt kipp auch weg jetzt kann ich wenigstens in Ruhe spielen danke äh ich geb die ich bitte dich erwischt man kann er die Bombe machen ja lass doch kurzer liegen äh wenn du Dropper bist pass auf rechts unten Klaus könnte mittlerweile stehen nö ist keiner wie ein bisschen anders gar keiner ok pushen glaube ich irgendwo ne hier ach man hier ist gut ja wenn du jetzt wie lang rausgekommen wärst dann hätten wir sie gehabt dann hätte ich mich auf Stein könnten sonst wären können einer ist auf jeden Fall Dicken einer ist Chicken einer ist am Stein vor bei der Tür einer ist Dropper ist tot einer ist Dropper ist tot Sam Stein war war einer vielleicht war das doch der das war der Chicken ist nicht auch hier oh das war auch ein Zocker oh das war auch ein Zocker mum das ist mit Salzig leicht scharf die kommen jetzt lang lang zwei Stück also keine Ahnung ob das jetzt von ADA einfach auch door ah door connector door draußen am Stein rechts am Stein einer down der andere auch hinterm Stein maaann ey mein Name ist Phil in Ara meins auch meins ist wirklich von Arsch du dich denn doch jetzt mal alter wir haben noch Zeit zwei andere auch da da geht eh hoch noch leck mich doch wieso stirbst du denn mein Name ist so von Arsch alt weil ich nicht mehr weg kam deine Reflexe ah wie Backstein aber der Backstein hat trotzdem noch geholt Einer ist geholt Nico was möchtest denn haben Einer ist besser als Keimer Dick Mac wäre ganz geil eigentlich solange wie ich nicht so spiele wie Carbos dann bist du echt gut ja so spielts da ist sogar reichsgelt da ist sogar reichsgelt der Junge dann gibt's ja jetzt kommt doch mal endlich an auch Zeit hier soll sich auch mal retieren dass jeder mal unten hier guckt also mach einfach da bis gut der Bastard er springt und holt mich geh lang genau Scope genau Scope gut alter auf lang kommen die jetzt wie viele Einer 2 3 Keine Ahnung hab keinen gesehen nur eine Granate ist mir in dieses Gehirn geflogen Einer Connector Alter kommt jetzt Dropper rein ich nehme nicht die Glock das ist ich reload kommt da eben rein pass auf oh ja hast du nicht erzählt jo aber mit der Glock hättest du den Sieber das ist jetzt mal ne schnelle P-Runde ich mach jetzt das Glock geht nicht Momentan die letzte Runde kommt das ist dann noch ne Runde vielleicht gewinnen wir das Sorge vielleicht gewinnen wir das Sorge vielleicht gewinnen wir das Sorge aber dann kann man sagen Flo hat gecarriert noch 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 stehst das gar nicht ah nicht mehr stehen bleiben ja mein Handy ich hätt's fast vom Tisch runter gekickt mit meiner Maus das war einfach schnell schweben ja genau er gibt mir einen Anscope ja mir auch er gibt es Alter er hat es er hat es der hat mir aber auch einmal Anscope gegeben Alter was 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 läuft richtig der Dude der Dude weiß wie man wie viel Spiel ich meine 1000 er bänkt mich einfach hinter dir raus was ist das was ist das allein für sein Easy ich schreibe müssten sie schon richtig auf die Fresse kriegen ich bleib A A A A A A 4 B 1 A A fertig ich geb B checken genau 4 B 1 A A also los geht B ich bleib A der macht das jung flix ja der Typ sei ganz lustig Wasser Noch mehr durch Ja die sind schon vom Spot Wohl angemerkt Oh ich hänge Ich konnte nicht mehr wegmoven Einer ist nach Holz gell Immer noch Holz Einer ist close Rechts hinter der Mauer Ich bin zu einer Mauer lang Ich hab 8 AP Ja ich auch Bleib doch defensiv Drei Ralf kommt von hinten Ralf kommt von hinten Bleib ruhig Geh weg Unsport rechts Unsport rechts Einfach die Schnauze halten Schnauze halten Schnauze halten Hey 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 Wir sind hier noch in einer Aufnahme Du wärst hundertprozentig nach links gelaufen Wir sind hier immer noch in einer Aufnahme Und hier ist Hilflichkeit Was Rüttchenmark Marienkäfer Ja das weiß ich Du bist halt mein Marienkäfer Aber das ist aber süß Geh Ja ich zertrete die gerne Mich auch Marienkäfer ja Wenn du Marienkäfer bist dann bist du dort Wenn du ein Hummel bist Weil das seh ich keine mehr Ich geh wieder drauf Also B Ja die pushen wieder Ja das sind halt A Spieler Ja ich komm jetzt von hinten Bin jetzt auf B in die Außer die pushen mich zu dritt Ja Oben outside zwei durch Die weißen durch Links Bye Jumps Scout Jumps Scout Jooooo ja jetzt hat er die Pumpe und jetzt macht er alle weg die Kräfte hat mir echt geholfen einer ist Holz Elf wohl, da war ich drauf also jetzt müssten sie aber langsam mal ein Bild kommen, oder? erst mal vor 10 kommen äh, Flo, magst du mich mal... ach, das geht nicht mehr, dass du mich hier hochpusten kannst nein ich muss Jump Scouts verzeihen, das funktioniert gerade gut so, leise hopper und lang oha komm alle lang alter da hast du ja gar keine Schuhe Elf push die Mose ja, und nachladen er hat noch half eins check den Scout eins weiße, zwei geblieben blieb also bei eins schaute schaute eins tot eins tot lass mal alle Wasser durch ich geh auf B Wasser ich spiel diese Map nicht ja, B lang vielleicht wieder alle 5 jetzt sind wir vorbereitet auf die Next ne, bis jetzt nur einer ne, bis jetzt nur einer ja, holt einfach mal alle ne, ich habe kein Elm, ohne Spaß ich besitze sowas wie Elm nicht muss mal bei Ebay gucken oder kleinen Zeug mein Elm ist für heute aufgebraucht wir haben heute zwei Matches gemacht und da ist es weg es ist weg es war noch nie da bei die zwei Match ne, 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 ne haben sie so getan halt mal unter Captain und ich kehre den nicht mehr äh, Dropper ah, B lang auch kann gleich tricken Dropper schon drunten Mann Leute, helft mir doch mal nicht zu zwei Dropper da wollen wir vorn reingucken Dicke boah, da wartet noch einer Dropper ist auch noch einer ich hab ich kann den so viele Kugeln in sein Gesicht schrotten wie ich das will und er denkt das wären Weingummis alter weingummis äh, nur nur feuchte Taschentuch ja das juckt den einfach nicht Papierkügelchen ne, jetzt mach ich Kevin's zahlen was pumpt das? ich werde jetzt kommst du bestimmt A wenn wir B staken ah, nein die denn haben g'seen, dass es gut läuft auf B alter was sind das für Missgeburten Mann ohne Weg jetzt kommst du wieder B ja, let's go hoppa, hab ich glaube es ja hab ich blick nur bei einem zwei kommen langer Gang zwei uh, jump's go also muss dran denken, dass ich kämpfe also, unten in der Mitte ist noch einer da ist jetzt nicht jumpen müssen got a hit oh uh das ist eine Runde drei Leute noch was können wir da schaffen? niemals oh oh jetzt seh alles vergisst war das kein Main-Tegel oder so? aber die haben die Bombe noch nicht mal gelegt ja, die lab jetzt aber jetzt aber feuer ich bin ich in der Ecke jetzt vorwärts läufst du denn links dann kommst du auch oh oh einer noch drei Headshots schon da links war er ach schade 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 aber immerhin, drei Stück das war schon ziemlich sick immerhin schon mal mehr als sie boah, jetzt bin ich rich boy willst du irgendwas sagen, Flo? sprich die aus, komm warte, warte komm, red mit mir ich höre dir gar nicht zu komm, red mit mir komm doch komm doch komm doch na, gegen Kaser mach ich gar nichts, ne treff ich eh nicht kommen sie wahrscheinlich je wieder B nein, jetzt kommen sie alle 5 Mann lang ich könnte gleich sagen jo echt jetzt? ja ich bin unterwegs nein einer noch einen Hater aufhören jetzt hab ich die Bonobwaffe schön den 90 ich mach nochmal mit ich flash euch warte, warte warte, jetzt pass mal auf ich kann ja auch wegsmoken machst du die halbweg und dann schnappst du die AK und bombe down Riko hat den kill und ist los er ist bei der Bombe er kämpft sie gerade ja, zwei bleiben auf B zwei gehen auf A ich geh mit auf A ha hast du den Nachladen gehört? er steht immer bei der Bombe er steht immer bei der Bombe ich weiß nicht, Further Das ist jetzt dein Move. Get under terrorists, win! Ja, schön. Ich will eine Nike vorstellen. Das war schon sick! Flo, drop mal eine P90. Welcher? Ey hier, Flo, der andere Flo. Also hier, der. Push ihn mal auf Balkon schnell. Richtig oder der Jünger, du? Push ihn mal schnell auf Balkon. Dankeschön, okay. Bitte. Da wird er frei. Hopper könnt ihr auch am Raufwand net verwenden, da kommen die nicht so einfach durch. Wurde schon gesagt, gleich Kabistan haste. Ähm, die zünd. Ich glaub nicht, dass die B sind, oder? Das werden wir gleich testen. Hopper war jetzt einer. Hopper kam gerade eine Granate. Ja, die warten auf den Fehler unserer Seite. Machen wir einfach keinen Fehler. Okay. 94, zwei Stück raus. Einer hat 6 AP. Die Bombe war dabei, Kevin. Hört dich nur mal so angemerkt. Ja, aber einer war aufgehoben. Ey, ich... Ich muss dann gleich von hinten nennen. Ich treffe nix. Oh, warte mal. Nein, schaffen wir nicht mehr. Jetzt hätte ich jemanden... Ich bin mit runter. Onspot steht. Einer auf dem Dach. Einer Onspot. Rechts von dir. Nein, hau Zeit auf. Was ist denn der? Der blitz für die Waffe, warum man das geht? Ja, 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 ich... Alter, was ist los mit dir, man? Oh, es kommt. Ah, links noch bei Kohnen. Unter links noch bei Kohnen. Onspot. Komm. Schaffst du, komm. Mach! Du musst... Schön! Du hast nen Kick. Du hast nen Kick. Niemals! Ja, ja, wo bringt's jetzt noch? Ich hab gehört, für die P90 brauchen wir einen Skill, oder? Aber ey, jetzt. Wir machen jetzt. Ja, bringt's ja nicht, wenn du dich nicht ausgehst. Kevin? Hä? Ich glaub, für die P90 brauchen wir einen Skill, oder? Ja. P90 ist besser. Also brauchst du selbst richtig. Ralf, dropp mir mal bitte in die P90. Halt immer die Klappe, Flo. Ich hab den ganzen Scheiß hier beigebracht. Jetzt dropp mir was. Los! Ey, Ralf. Wer hat denn noch mit mir gelebt? Äh, Ralf. Ach, ich hätte wahrscheinlich zu Ralf sagen sollen. Bleib hinten! Du musst defused! Hahaha. Ja, okay, Nico. Als würdest du sagen, du hast... Ah, die kommen genau wie lang, Leute. ...mein Fußfetisch hat es schon. Schaffen, aber... Ja, richtig. Oh, Zeit! Wasser! Mitte? Mitte? Wie lang? War, war einer? Er hat zumindest hier abgesmokt. Das kann auch nur Fakes sein. Noch mehr Wasser? Noch. Zumal, die Profiwasser. Na, ich rotiere. Ich bin noch Wasser. Uhrzeit kommt. Ne, bleib mal auf. Uhrzeit. Uhrzeit kommt. Uhrzeit kommt. Das ist raus. Ja, das bringt trotzdem zu spät. Uhrzeit. Ja, 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 ja. 37, hit outside. Nicht noch mal fliegen. Lass den Mütter einfach kommen. Nicht noch mal fliegen. Ich treffe halt nix. Ich bin halt Lappen vor den Herrn, ey. Einer läuft zurück. Der ist nach rechts gelaufen. Ah, ne, der ist genau hier oben hinter der Wall. Ja, gut, ich hab die Bombe. Der letzte kommt von B. Boah. Boah, B. Ja, ich verstecke. Kommt. Du hast deine magische Waffe, mein Freund. Hält dich nicht. Ho, 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 setz mal ruhig. Er muss ja eh auf A gehen. Ja. Kommt. Ach so, er kommt hoch und gibt mir instant. Ja, da hat ein Waffen Sonne im Plant der Wunder gepackt. Oh, komm. Wollen wir für die Waffe überhaupt keinen Skill brauchen. Wie nutze ich die jetzt auch, ey. Scheiße. Na gut, das konnte man reden. Kommt mal einfach kurz A outside mit. Ja, ich. Ich hab genannt. Och, Mann. Wirst du auch geboostet werden, oder? Ja. Er wurde geboostet. Böse, mach 2 40. Wie wieder hart. Ja, einer kommt drop. Drop, drop. Und einer B lang. Einer? Einer schon runter, Ralf. Ne. Zwei. Einer hab ich. B lang ist noch einer. Ja, ich glaub, dass zurückgegangen sind und auch Dropper kommen. Einer ist. Nichts so viel reden, bitte. Die bleiben auf A. Oh, da ist recht. Man braucht absolut kein Skill für diese Waffe. Weiter, wie so. Er hat die Schuld gar nicht. Äh, Purple, könntest du mich irgendwie kurz Dropper hochrußen, damit ich die AK nehmen kann? Ja. Ich glaub, das ist ein eiskaltes Nein. Da liegt da einer. Peter. Aber wer ist denn das? Bring dir eine mit. Ralf, hast du auch reingekillt mit der P90? Ja. Ja, siehste. Wer will auch noch AK? Ne, ich hab einen P90. Mann. Mann, wie sind denn die so schnell auf A hochgekommen? Keine Ahnung, ich war mitte die ganze Zeit. Waren sie Dropper durch. Durchs Fenster, hundertprozentig. Nee, der Dropper standen wir drin. Ja, zwei, drei durchhören. Sind sie mit rechts? Ja, die Fluten. Sind sie mit rechts? Da sind sie durch den Schrauben. Mit dem Flugzeug. Hahaha. Du, ein Retard, dann. Ich kann nicht. Okay. Bitte schießt. Hört mal auf A bitte einer. Kommt jetzt zwei hoch. Bitte unten da an. Ich bin full flash. Also. Ja, ich kann das machen. Ich bin full flash. Jaja, ihr müsst auf B bleiben. Ja, Leute. Ja, das war nur eine Ableckung, glaub ich. Die können uns auf B blenden. Ja, ja. Mach nir. Nein, nicht alles. Wasser safe. Eine hab ich gesagt. Noch ein Wasser. Bomb ist mit unten. Oh, da ist schon einer. Siehste. So, da kann jetzt coren. B ist frei. Jetzt rennt er rüber und freut sich. Oh, ich hab gebrannt. Ja, was wolltest du denn? Du lachst auch viel. Ey, hör auf damit. Was machst du? Ich f***. Oh Gott. Lebendig. Hätte ich sehen können. Ja. Von B muss aber auch noch einer kommen. Fick dich doch mit deiner Flash, Alter du. Exiziert, glaub ich, schon lange nicht mehr auf B. Einer ist unter dem Balkon. Ich weiß jetzt einfach. Cool. Unter dem Balkon. Hab ich? Hab ich nicht mehr. Ja. Ja, ja. Hat dich gleich. Ey, Riker. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Verpisst euch. Hinter dir. Ich bin in Ruhe, Alter. Ich gehe jetzt. Tschüss. Wo ist denn dein Elm? Erzähl mal. Er hat weggelaufen, so wie er. Hat er nur Urlaub geschickt. Hast du bei Zalando gefunden, oder? Wo ist denn dein Elm? Oh, du bist tot. Tot. Nein! Der Baum der Hudelnsohn. Ich brauche ihn. Zyard aposten. Morr maintenance. F90 reicht mir, danke. Komm nur A jetzt an. F90? Hallo? Dann mach ich auch keine mehr kaufe. Danke. Klack habt ihr ja noch einen. Dann bleib ich jetzt, ich auch mal raus raus. Hallo? Ne, nix pushen! Nix pushen, hoch pushen da! Wir sind knapp dran! Oh ja, sagt erst was! Nix bei 14 was! Das nennt man boosten und nicht pushen! Ja, stimmt! Seid nicht ruhig! Ja, Dropper ist... Ja, ich bin tot! Oh man! Ja, das wars, wir sind weh drauf! Leute, wir können die Notieren! Digga! Was ist denn denn? Ruhig jetzt bitte! Ich mach jetzt einfach ein 11 und wie geil ist! Ja, zack, Nummer 1! Zack, Nummer 1! War fast ein 11! Ah, zwei Stück! Ja, die schießen aber... Aber es war noch ein knappes Match! Also zumindest... Ja, wie Kevin immer sofort das Spiel beendet ist, wenn er nicht stoben ist! Das wars! Ich bin tot! Ihr könnt die Runde nie wiederholen! Madness! Ja, genau! Immer wenn du tot bist! Ja, genau! Das wars! Ich kann nichts mehr machen! Die Runde ist vorbei! Ohne mich leider nicht! Und? WieERT! Mach ne Boleh hin, hier! IchDR! Ichwenn wir neuen Unentschieden, ruhig! Wollte der jetzt irgendwie ein Spawn bleiben oderir? Mit ner ECO oder was? Leise! Outside Drop aber auch, eine Granade geflogen Die hat mir ein bisschen rüber Stopp doch einfach mal, Mensch Wieso geht das, Kerl? Wenn du die Runde da vorbauen Hier ist schon einer durch im Wasser, wie auch immer Bei den 60.1 kommt Outside Haben Bombe ist B Noch einer Outside Warnst du die lang, Mann Der Schraus vor sich trefft Beide lang, einer ist die Treppen hinten und der andere ist vorne Applaus dafür Applaus, Applaus Das war Komm, Nico, mach alles Hashtag bestes Ape Ja, das war's Alles gut gemacht, Nico Tschüss Hat alles getan Ich hab alles gegeben, also das kann man nicht sagen Jawohl Downrank? Nein Oh, ich bestimmt Hab ich ne Downrank bekommen, juckt mir ewig Spiel spielt nur noch zum Spaß Das war's dann erstmal Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung euch das Spiel holen Da ist ein Link dafür Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt uns doch ein Abo Und ich sage tschüss Tschüss Hits 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 Hits